Ein Euro hat dieser Müll-Ebay-PC gekostet und den PC werde ich jetzt heimlich bei Philipp anschließen. Er ist gerade nicht da, ich mach das jetzt gleich kurz. Drückt mir die Daumen, dass alles klappt. Daumen nach oben für mehr und abonnieren nicht vergessen. Leute, es steht alles. Philipp sollte gleich wieder da sein. Der PC steht hier auf ganz undercover unterm Schreibtisch. Und Leute, ihr merkt schon, wie fantastisch, wunderbar das hier läuft. Der andere PC leuchtet hier so, als wäre alles völlig normal. Okay, ich weiß von gar nichts. Warum lag das so, Junge? Nicht 10 FPS. Was hat schon wieder Willko an meinem PC rumgespielt, Mann? Junge, Willko, warum lag das, Junge? Ich hab 10 FPS, du sagst eine halbe Stunde an meinem PC und nichts mehr funktioniert. Irgendwirruss oder so? Ich kann doch so nicht mal aufnehmen, Mann. Der ist doch gerade, der ist neu, der PC. Nee, den hab ich aus der Mülltonne. Ja, der ist neu. Guck mal. Was ist das für ein PC? All right, wir haben ihn jetzt für mich.